. Liebe Hostelfamilie, jetzt mit seinem neuen Auster-Trikot. Mit der Rüch-Nummer 60. Er hat einen Grund, er wird in Berlin seinen 60. Geburtstag feiern und zelebrieren. Er wird jetzt unseren Ehrenamt nicht vornehmen. Da steht er schon beim Amt-Spielkreis, alles Gute an dieser Stelle, für die nächsten 60 Jahre weiter nach. Gleich wieder soweit, dann wird er mit seinem Amt-Team unterspielen. Herr Müller. Sogemäule, Walter, gemeinsam mit der Mehrwert-Kroatka, den wir haben einen Kick-Kur. Walter, gucken wir mal, alles Gute zum 60er.